Mit einem Rheinberger Haus erhalten Sie ein wertbeständiges, energieeffizientes Haus. Bei entsprechenden Ausbaustufen kombinieren wir die Haustechnik mit der Gebäudehülle. Das heißt, wir verwenden ganz gerne das Thema Heizen und Kühlen mit Beton, kombinieren es mit Wärmepumpenheizungen und wenn der Wunsch da ist, auch mit PV-Anlagen, um die eigene Energieversorgung sicherzustellen. Somit erhalten Sie ein durchgängiges Gesamtsystem, das für höchsten Komfort steht bei niedrigsten Betriebskosten. Natürlich macht man auch Freude für die Rheinberger Kunden durch gewisse Planoptimierungen, wo sie dann die Kunden wirklich bares Geld sparen können. Es ist so, dass wir unsere Fertigteilelemente, das heißt Wände, Decken oder auch Treppenelemente, thermisch belegen. Man muss es sich vorstellen wie mit einer Fußbodenheizung. Im Sommer kann man damit kühlen, im Winter damit heizen. Man erhält überragendes Raumklima. Das Haus wird sozusagen zur natürlichen Klimaanlage und für den Kunden bedeutet es Wohlfühltemperatur an 365 Tagen. Es ist immer ein wunderschönes Gefühl, wenn man den Kunden den Schlüssel übergeben kann. Und sozusagen der Ritteschlag für die Baufirma ist, immer wenn wir weiterempfohlen werden von den Kunden an Freunde oder an die Verwandtschaft, da weiß man dann, dass man sich richtig gemacht hat. Am Ende des Tages kauft sich ein Rheinberger Haus ein Kunde, der Wert legt auf eine Qualität, auf eine Wertbeständigkeit, auf einen massiven Baustoff. Der Wert legt auf eine umfängliche Dienstleistung, beginnend bei einer individuellen Planung. Der Wert legt auf eine hohe Vertragssicherheit, der seine Budgets und Kosten im Griff haben möchte und der zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein möchte und dort auch einziehen möchte. Das sind die wesentlichen Vorteile. Gepaart noch mit dem Wohn- und Raumklima, das unschlagbar ist in unseren Häusern. Insofern eine Immobilie und Investition fürs Leben, das ist es, was ein Rheinberger Haus ausmacht. Gepaart noch mit dem Wohn- und Raumklima, das ist es, was ein Rheinberger Haus ausmacht.